moin moin meine lieben leute und willkommen zurück hier auf meinem kanal heute mal was anderes ein neues spiel was ich gefunden habe im nintendo e shop ape out ein spiel was beschrieben wird mit rhythmisches smash up wo man ein gorilla ist und aus seinem gefängnis fliehen soll wir fangen einfach mal an was passiert die länder optionen deutsch lautstärke 10 die portion ein ich weiß nicht ob es zu laut oder zu leise ist müssen wir testen werden wir spielen so kann man sie gar nicht es lädt und es geht weiter mein gott das aber lange ladezeiten aber dann wisst ihr schon mal wie die ladezeit bei diesem spiel sind ein bisschen lang ein bisschen lang vielleicht was uns genau erwartet kann ich gar nicht sagen denn ich hab mir es wirklich vorhin nicht angeguckt ich hab's nur gesehen und habe eine nachricht bekommen dass das spiel im e-shop ist ich probiere es mal aus okay die die league startet die wolver digital präsent an association ist in die fand okay linker stick okay zum bewegen wo das ganze läuft in rechts flüssig wenn man da sieht zr-taste okay jetzt strafe draußen okay a game by game wie genau hin soll weiß ich gar nicht sound by net Oh, erschossen worden. Okay, das ist schon ein ganz schön langer Weg, den wir laufen müssen. Aber es wird auch nicht viel mehr erklärt hier. Gehen wir ein Schutzschild nehmen und weg damit. Okay, wir müssen in diese Richtung. Oh, hier geht es nicht weiter. Oh, hier ist er dann wiederwischt. Wollen wir oben links? Keine Ahnung. Heating up, sagt er. Okay. Hitze. Aber noch mehrmals schießen wir noch einmal. Ui, ui, ui. Getaler Affe. Okay. Oh nein. Wie weit sind wir denn gekommen? Ah, hier waren wir schon fast beim Ende. Schau es sich an. Okay, wir können bei Hitze anfangen. Gucken wir mal. Oh Mann. Verblöde, wenn die. Oh. Oh. Ich bin hier unten längs. Oh Mist, das hat er einfach erwischt. Dreckt auch. Okay, wir wollen gleich mal weiter machen. Mist, ey. Geht es nicht weiter? Oh nein. Oh Mann. Das ist aber auch echt ein fieser Affen-Ding hier. Ich glaube, die haben uns fast erwischt. Oh. Nein. Oh. So. Jetzt eine Szene. Leser. Knock, knock. Okay. Klopf, klopf. Wir klopfen nicht an. Wir rennen aber raus. Wir brauchen nicht anklopfen. Kann man hier was kaputt machen, ne? Das kann man nicht. Man kann nichts anderes kaputt machen. Oh. Oh Mann. Okay. Hier kommen wir nicht durch. Okay, wo geht es denn hier weiter? Cool, das ist leise, wenn die Musik gerade nichts passiert. Okay, geht es weiter. Ah, guck mal, habe ich nur einen Schutz. Zack. Oh. Oh. Boah, alter Schwede. Wir müssen aufpassen. Okay, unten geht es auch längst. Kann man nicht wieder aufheben, ne? Scheiße. Wäre ich dumm, wenn das Leute hier kommen. Okay. Oh, schade. Ich dachte, den können die noch kriegen, den ASI. Aber das sind wir nicht. Aber komm, wir waren schon wieder ziemlich weit, eigentlich, ne? Klopf, klopf. Oh. Wir sollen so immer schnappen mit so einer Mine. Aber wir wollen uns sehen, ob der... Ah, okay. Wir wollen jetzt auch. Das wäre ja cool, wenn man mit so einem Farmer mit so einem schießen kann. Vielleicht kann man es aber. Ich muss gleich mal ausprobieren. Okay, den wollte ich eigentlich gar nicht platt machen. Das ist so passiert, ne? Oh. Oh, ne. Hat er mich noch erwischt, der Spacko. Ey, schon wieder fast am Ende. Nehmen wir einmal durch da jetzt. Los. Gibt's doch gar nicht. Okay, das war jetzt ein bisschen betrieben. Also richtig... So richtig schleichen kann man leider auch nicht. Das wäre ja ganz cool, wenn man so... ein bisschen mehr ranschleichen könnte. Man kann echt nur mit barattialer Gewalt hier durch. Oh. Man kann die echt ganz geil schubsen, ne? Aber... Hm. Oh, ne. Die scheiß Minikippen. Ey, die nerven. Okay, nochmal. Klopp, klopp. Boom. Die Knochen an. Die Knochen an. Die Knochen an. Okay. Ja, bei den müssen wir schon aufpassen, da bei den Minen-Heinis, denn die machen einen schon einen Schaden, so ein bisschen, ne? Ich muss welche von vorne kommen, aber... Da brauchen wir nicht mit, da brauchen wir nicht mit. Falscher Alarm, okay. Hat man wieder volles Leben, wenn man hier ist? Ich weiß es gar nicht. Lustig ist, dass man einfach durchrennen kann. Naja, ob man daraus eine richtige Play-Reihe machen kann, bezweifle ich, das ist eher so ein, wie man es am schnellsten durch kann, vielleicht eher so ein, vielleicht kann man schon so eine Art, kann man so eine Art, ähm, Speed Swarm machen mit dem. Oh nein, man darf natürlich nicht den Typen in die Luft jagen, während man an einer Wand ist, das ist nicht dumm. Oh nein! Oh nein! Warm, raus, raus, die Scheiße! Okay, was immer jetzt hier gerade losgeht, weiß es nicht. Bekappt. Die Beilen hier. Oh nein! Da haben wir ja Spacko getroffen. Jetzt hab ich ganz geil, wir werden einfach durchsmasht hier, ne? So. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ärgerlich! Wollen wir mal probieren! Nein! Oh! Ach, Scheiße! Jetzt wird's echt... Jetzt wird's grad ein bisschen nervig. Warte mal. Eigentlich noch eine gute... Eigentlich noch eine gute Runde finden, glaub ich. Um den ganzen Leuten auszuweichen ein bisschen. Ja! Wollen wir mal unten auch noch weitergehen? Ja, gut. Oh nein! Ah, das ist so blöde! Mann! Ja, noch einmal rufen wir jetzt. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh Mann. Werde ich mal zu denen hingerannt. Wie weit waren wir denn weg vom... Wir sind gar nicht so weit weg vom Ziel, ne? Das ist ja nicht schaffbar. Wenn man hier ein bisschen auch rumlaufen kann. Das ist ziemlich cool, dass die Affe die alle festhält, so ne? Das ist schon richtig gemacht. Das werden wir irgendwo hinschmeißen, die Typen. fierbaut. Was? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay, okay, kann man sehen, aber nur mit dem blöden Lichter. Wo wir jetzt längs müssen, weiß ich allerdings auch nicht. Ich bin schon verwirrt, hier ist ein Erdgarten. Warum nicht, jetzt müssen wir weiter nach rechts gehen, oder geht es jetzt nach oben und unten. Wäre ja auch Quatsch, oder? Okay, haben wir geschafft. Long Shadows, okay. Lange Schatten. Sieht so ein bisschen, ist ja echt abgespaced, das Spiel, oder? Dann muss man ja irgendwie nur durchkommen. Äh, nur zu längs. Und jetzt? Ding Ding Ding. Sieben Sieben. Bim Bim. Ja, wo wir hin müssen, aber hier sind sie genug. Ist ja hier längs. Ich glaube, man muss auch ein bisschen ausweichen. Ich glaube, nur kämpfen kann man fast gar nicht. Da geht man auch echt oft drauf. Behaupte ich mal. Weiß natürlich nicht. Wer ist los? Ah! Oh, die haben den Strom wieder angemacht. Okay. Oh! Ich glaube, wir sind recht weit gekommen, oder? Oh, die Hälfte hat er geschafft. Na gut, machen wir nochmal. Bim Bim. Oh, die Hälfte. Die Hälfte. Ah, genau. Hier oben, oder? Da. Die Musik, die niemand durchdreht denn, ne? Die Musik, die niemand durchdreht denn, ne? Nein. Oh. 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 Da ist er. Und los geht's. Okay. Blow... Ah. Blown out. Okay. Ausgegangen. Ausgegangen. Blown out? Wird eigentlich ausgepustet oder sowas, ne? Oh. 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 Spannende. Oh, P Tory. Oh. Oh. Oh, P Tory. Oh. Oh, P Tory. woe. Okay. Oh meh, wie man da dann durchkommt. Puh, noch einmal. Tut 때�tütttütttüttüttüttüttüttütturt. Jerkommen? Oh, das ist auch ein vieles Ding. Okay, wir werden es nochmal. Noch einmal hier. Es gibt bestimmt noch ein paar Wege, die man laufen kann, ohne so viele Gegner zu treffen. Ja, probieren wir es nochmal. Müsste ja irgendwie möglich sein, bis sie dann in die Zukunft. Oh, fang! Ach Gott, ja. Okay, ich bin ein bisschen getroffen worden, oder? Oh, oh. Ach, das ist so blöde. Das ist wirklich eine enge Kiste da. Das wollen wir mal probieren. Blöde, blöde. Ah, jetzt habe ich ein bisschen zu viel gekochen worden. Ich glaube, das schaffen wir jetzt nicht mal richtig. Ich weiß gar nicht, wie für ein Leben man hat. Das kann man irgendwie auch gar nicht sehen. Ich glaube, vielleicht regeneriert man sich auch noch eine Zeit. Naja, anscheinend nicht. Uh, das ist glaube ich das letzte Ding, wenn es ausgang ist. Und trotzdem ist es echt schwierig. Wir machen es einfach jetzt Hardcore. Einfach durchrennen. Also killen, wie wir sehen. Ah, Mann. Noch erst mal drauf achten, ob da genug Gegner sind. Beziehungsweise ob da Gegner auch rundherum sind, bevor man da einfach losläuft. Und dieses blöde Ding. Das ist mein Blut, was man da sieht, ne? Oh nein. Oh. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger spielen. Ein bisschen vorsichtiger. A little bit. Attention, please. Also, wir müssen eigentlich alle rundherum weg haben, oder? Okay, testen wir nochmal. Ich muss auch ein bisschen rumrennen vielleicht. Oh, Mann. Ich muss auch ein bisschen rumrennen. Wischen wir ja aufpassen, dass wir nicht. Oh, können wir doch eigentlich alle wegblasen, oder? Sonst haben wir uns natürlich verletzt, wie man sieht. Oh nein. Wie weit waren wir? Ach guck mal, das ist fast vor dem Ende. Wir schaffen es. Wir schaffen es jetzt fast vor dem Ende. Los. Oh, oh. Hm, blute schon wieder, so ein Scheiß. Das ist immer blöd. Oh. Ja, ja. Ja, 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 ja. Komm, Ape out. Hey. Das ist Paco. Das ist schon. Okay. 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 Oh. Ich bin auch ein Wiener, oder? Ja. Das war's. Ah! Nee! Los, komm! Ape out! Ist doch Game Over jetzt, oder? Disc 1, Ende! Na, was passiert? Wir sind jetzt in der Natur, müssen da noch wieder ablaufen, abhauen für den Leuten? Oder eine 20, Zeit, 27, 30. Disc 2, High Race. Warte, einstellen. Schwierig nochmal. Warte mal. Okay, ja, also... Könnt ihr mir mal sagen, ob ihr noch mehr davon sehen wollt, also ich find's ganz witzig, aber auf... Als richtiges Let's Play sehe ich das jetzt nicht. Ähm, aber ich werd das mal reinnehmen und wir gucken mal, was dabei ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss! Bist du, einfach immer sehen... Scheiße! Tutz nicht alles... Tutz nicht alles! Was ist denn da, wo Dee llamado Tvo? Nacht, classes長? Vielen Dank.